Bei diesen Worten umarmte Palesi mich mit überströmendem Gefühl, wie wenn er mir dafür danken wollte, dass ich ihm keine Schwierigkeiten machte, seine Gattenrechte auszuüben. Der junge Mann war höchstens 20 bis 22 Jahre alt. Er war blond, gut gewachsen und zu hübsch für einen Mann. Dresa war zu entschuldigen, dass es sich ihn verliebt hatte, und ich nahm mir dies nicht übel, denn ich kannte nur zu sehr die Macht eines schönen Gesichtes. Aber ich fand, dass sie Unrecht gehabt hatte, ihn zu ihrem Manne zu machen, denn ein Ehemann, sei er wie er sei, erwirbt doch stets gewisse Herrenrechte, die zum einen lästig sein können. Um 10 Uhr kamen alle Sänger und Sängerinnen nebst einer Menge von Theaterliebhabern, die den ganzen Saal füllten. Teresa empfing mit edler Anmut die Handküsse aller ihrer Gäste, und ich sah, dass sie in großem Ansehen stand. Die Probe dauerte drei Stunden und langweilte mich sehr. Um dieser Langeweile zu entgehen, unterhielt ich mich mit Palesi, der mir gefiel, weil er mich mit keinem Wort fragte, wo, wie und wann ich seine Frau kennengelernt hätte. Ich sah, dass ihm sein Gefühl sagte, wie er sich in seiner Stellung zu benehmen habe. Eine junge Parmesanerin namens Redegonda, die eine Männerrolle spielte und sehr gut sang, blieb zum Essen. Teresa hatte außerdem eine junge Bologneserin namens Corticelli eingeladen. Die sprossenden Reize dieser hübschen Figurantin machten Eindruck auf mich. Indessen war ich in diesem Augenblick so voll von Teresa, dass ich nicht sehr auf sie achtete. Einen Augenblick später sah ich einen wohlbeleibten Abate mit gemessenen Schritten eintreten, einen echten Tartüff, der nur Teresa suchte. Als er sie erblickt hatte, schritt er auf sie zu, beugte nach portugiesischer Sitte ein Knie zur Erde und küßte ihr zärtlich und ehrfurchtsvoll die Hand. NachTION Und...